... aus dem Landtag, Oliver Hildenbrandt. Liebe Regenbogen-Community, liebe Mitstreiterinnen für eine freie, offene und vielfältige Gesellschaft. Es ist noch genau eine Woche bis zur Bundestagswahl am 26. September. Und wir sind heute hier, um gemeinsam ein starkes Zeichen zu setzen für Vielfalt, Akzeptanz und gleiche Rechte. Wir sind heute hier, um gemeinsam klare politische Forderungen zu formulieren für sexuelle und geschlechtliche Vielfalt. Mein Name ist Oliver Hildenbrandt. Ich bin Landesvorsitzender der Grünen in Baden-Württemberg und Landtagsabgeordneter für den Stuttgarter Norden. Und ich will euch heute vorstellen, was wir Grüne in der Queer-Politik anpacken, bewegen und erreichen wollen. Wir sind davon überzeugt, wir brauchen mehr Einsatz für Vielfalt und Freiheit. Wir brauchen mehr Einsatz gegen Ausgrenzung und Diskriminierung. Eine freie und sichere Gesellschaft muss allen Menschen garantieren, ohne Angst, verschieden sein zu können. Zu jeder Zeit und an jedem Ort. Menschen sind unterschiedlich, aber ihre Rechte und ihre Würde sind gleich. Gerade in einer Zeit, in der Hass und Hetze zunehmen, braucht es eine klare verfassungsrechtliche Absicherung. Niemand darf wegen seiner sexuellen oder geschlechtlichen Identität diskriminiert werden. Diesen Schutz vor Diskriminierung muss unsere Verfassung künftig auch im Wortlaut garantieren. Das muss für alle sichtbar und für alle nachlesbar sein. Untertitelung des ZDF für funk, 2017